Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wie ihr sehen könnt, für alle, die letztes Wochenende gespielt haben, ist jetzt auch die Herbstblatt-Lackierung verfügbar. Ich habe mich eben gerade eingeloggt und jetzt habe ich das Ganze schon. Das heißt, ihr müsst nichts anderes machen. Sieht auf jeden Fall nice aus, die Lackierung. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich den Item Shop an. Heute haben wir noch einen neuen Skin und zwar kein Winter-Skin, kein Weihnachts-Skin. Den Stillschweigen-Skin haben wir heute. Hat wirklich mit absolut gar nichts mit Weihnachten zu tun. Aber muss ja auch nicht die ganze Weihnachtszeit durchgehen, dass jeden Tag irgendein Weihnachts-Skin reinkommt. Aber hier die Stille-Kling. Und natürlich von gestern noch den Polara-Skin. Ich weiß zwar immer noch nicht, was reaktiv an dem Skin ist, aber vielleicht, wenn es irgendjemand von ich weiß, kann ich es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier den Bushranger drin, der ist ja durch ein Community-Voting ins Game gekommen. Sieht auf jeden Fall nice aus, das Skin auch hinten mit diesem Honig-Nest. Ja, ganz nice. Und dann die Honig-Hacker als Doppelspitze-Hacke. Dann haben wir noch die Knochen-Vespe aus Season 10. Den ansteckenden-Mode. Als nächstes eine neue Lackierung. Und zwar abgenutztes Schwarz-Grün und nicht animiert. Sieht aber trotzdem eigentlich ganz cool aus. Hat auch so eine ganz leichte Konturen hier drin. Ich glaube, im Spiel sieht man es sogar noch eher als hier in der Lobby. Ja, sieht aber eigentlich ganz in Ordnung aus. Dann haben wir noch die Spektralhacke. Und die Sturmtrooperin. Und als letztes haben wir nur noch den Emote abfeiern. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.